Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu den Neuronalen Netzen. Heute geht es um ein paar Sachen, wie ihr Backpropagation effizienter machen könnt. Ja, heute wird es wahrscheinlich ein sehr kurzes Video geben, aber wir haben hier noch mehrere Techniken, wie man dieses Backpropagation ein bisschen schneller machen kann. Wie gesagt, es dauert eine halbe Ewigkeit, wenn man es laufen lässt und trainieren möchte. Und deswegen zeige ich euch die einfach mal. Deswegen heute nur als kleinen Einstieg, wie können wir es als erstes mal schneller machen. Okay, was wir machen für ein Beispiel X, also der Algorithmus nennt sich Leave-One-Out. Ich mache hier mal Bodenstriche rein, damit es als Algorithmus durchgehen kann. Und wir bekommen ein X rein. Das machen wir einfach mit jedem X. Wir machen standardmäßig Leave-One-Out statt Backpropagation, also den Algorithmus Backpropagation. Okay, was wir als erstes machen ist folgendes. Wir schicken das Beispiel durch unser neuronales Netz durch und berechnen sozusagen, was wir hier rausbekommen. Danach bestimmen wir den Fehler, also da kommt ja irgendwas raus und damit können wir den Fehler jetzt bestimmen. Das heißt, unseren Error können wir bestimmen, indem wir einfach hier schauen, was bei rauskommt. Und mit unserer Error-Funktion, ihr kennt ja mittlerweile einige Error-Funktionen, Cross-Entropy und den normalen Mean-Square-Error und so weiter und so fort. Das ist sozusagen unser Output, eigentlich unser O. Und mit diesem O können wir jetzt den Error bestimmen. Das heißt, wir sagen hier E gleich, keine Ahnung, E von, also die E-Funktion, also die Error-Funktion, nicht die E-Funktion selber, von unserem Output und von unserem Target Y von diesem X hier. Okay, das ist ja immer noch überwachtes Lernen, was wir hier machen wollen. Und wenn dieser Fehler jetzt größer ist, als ein gewisser Schwellwert, E größer Schwelle, nur dann führen wir den Trainingsalgorithmus aus, also Backpropagation von X. Und ansonsten, wenn der Fehler kleiner ist, oder kleiner gleich dieser Schwelle, dann führen wir überhaupt nichts aus, dann lernen wir einfach dieses Trainingsbeispiel nicht. Was das bringt, ist folgendes, erstens mal habt ihr nicht so ein starkes Overfitting, aber vor allem könnt ihr einfach einzelne Beispiele überspringen. Das bringt euch ein bisschen Effizienz ein, aber ihr müsst natürlich vorher hier schon mal O berechnen, wobei ihr das später eh für Backpropagation braucht. Das heißt, diese Werte könnt ihr auch wiederverwenden, also dieses O, was ihr hier berechnet habt, könnt ihr in Backpropagation direkt wiederverwenden. Das heißt, es ist kein großer Overhead, sondern es ist einfach, ja, eine kleinere, effizientere Maßnahme, die euch nicht zwingt, wirklich jedes Beispiel zu lernen. Okay, ja, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne direkt weitermachen, weil wir erst drei Minuten drin sind, aber das nächste Thema wird ein bisschen größer, deswegen beende ich das heute mal hier und ja, heute Abend kommt ja, oder je nachdem heute, entweder es kam heute Mittag schon ein großes Video raus, oder ein Video raus, das nicht so kurz war, oder heute Abend kommt noch eins raus, je nachdem wann das hier hochgeladen wird. Okay, ich hoffe natürlich, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns zum nächsten Mal, wenn wir um die dynamische Lernrate reden. Da wird es dann wieder spannend. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.